Die ganzen Gespräche versuchen wir uns später noch irgendwie mitzubekommen. Jetzt geht es leider erstmal nicht. Also merken, Mantra-Key sollte man eher nicht in den Fernkampf lassen, wenn die ihre derben Zauberler loslassen. Die hauen doch ganz schön rein. Diese Kettenblitze. Ja, gut zu wissen, aber... Haben wir das irgendwie schaffen? Weil wirklich hochheilen können wir uns da eigentlich auch nicht, so wie es aussieht. Wir können aber mal hier... Nicht zaubern, nicht zaubern. Für Ardor. Bei Androschmar. So... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer kommt gleich schon den Nächsten hier runter? Fehlgeschlagen. Äh... Mann, wo ist denn das Portal? Ich will keine Tränke dafür benutzen. So, alle... Angreifen. Und du, wenn es geht, heilen. Looten müssen wir, glaube ich, eher nicht. Nee. Kann man auch später, wenn es nötig ist, die liegen ja, glaube ich, noch im Weilchen rum. Was ist denn hier? Olgenwurz. Ach, guck mal. Natürlich, überall Olgenwurz. Dann, wenn man es nicht mehr braucht. Okay. Ich nehme die Sache in die Hand. Och. Und wo kommen die denn? Ah, vielleicht ist da ein Portal. Hier in der Ecke. Vorkrim. Du gehst auf den. Wegen Blitzzauber und so. Gefährlich, gefährlich. Und nochmal. Ein Wuchtschlag. Muss eigentlich reichen. Jawohl. Lass das mal vor. Alle weiter direkt. Aha. Aber die Karte sieht sehr interessant aus. Ist nicht direkt eingezeichnet. Drachenkultisten. Da vorne ist ein Portal. Da müssen wir hin. Okay, haben wir es an den vorbeischleichen. Sieht so aus. Gut. Na, oder auch nicht. Okay, angreifen. Ich versuche mein Bestfühl. Du gehst auf den. Und du heilst dich hoch. Wahrscheinlich kommen gleich von hinten welche. Du musst mal gut die Karte im Auge behalten. Oh, je, 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 je. Hier kommt gleich der nächste Mandrecke. So. Ja doch, kannst du auch benutzen. So. Angreifen. Oh Gott, oh Gott, sind es viele. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich mach das schon. Ähm. Oh, was kommen denn so aus? Skorpione? Was ist denn jetzt los? Das sind aber viele. Erstmal den Mantra-Kerbe seitigen. Das ist das Wichtigste. Kulana. Kulana. Den hier. Zwei Wunden. Kladdesum geworfen. Alle mal hergehört. Nehmen wir mal den. Ja, der Djinn ist gleich wieder da, gut. Viererwunde. Boah, die haben uns aber auch stark zugesetzt. Vorkram alleine, was wahrscheinlich nicht schaffen. Das sind da sehr viele. Boah, Alter, hau den Mantra-Ker endlich weg. Rulana lebt zum Glück noch. Der Mantra-Ker ist weg, gut. Alter, es reicht aber mal. Uiuiui. Jetzt ist Kulana alleine. Befreiungsschlag. 25, wie viel kostet der? Ne. Äh. Der wollte mich doch wohl verarschen, oder? Ein Steingolem jetzt auch noch. Alter. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es so viel wird. Ich dachte, wir können es gemütlich an diesen drei Gegnern vorbeischleichen, und dann kommen wir bei 20. Okay, merken wir uns. wir dürfen auf jeden Fall nicht mit den NPCs quatschen, sondern direkt den Berg hoch. Aber wir sind ja eh schon am Berg irgendwo haben wir gespeichert. wo sind wir, wir können ja einfach den anderen Weg hier lang gehen. Ja, wir müssen die hinter uns angreifen. Ach, die rennen da runter? Ja, komm. Lasse, lass her, lass her in Ruhe. Halt. Du musst dich hochheilen. Wir sind ein paar Gegner hier. Wo ist denn der Mantra, okay? Da. Schaffst du das? Geh mal auf den. Der ist viel zu langsam. Warum kannst du den Eingriff nicht direkt machen? Lasse, lass das mal vorgreifen machen. Bei Angrosch, Barth. Ich mach das unter mir. Alle auf den. So. 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 Keine Ahnung. Wo müssen wir noch den hier? Lasse, lass das mal vorgreifen machen. Wuchtschlag. Rulana darf sich um die kümmern. Lass den hier. Freierwunde normal weiter angreifen. Der Mantra ist weg. Du wirst hier sich alleine gegen den stellen. Jetzt haben wir ein bisschen bescheuert. Rulana ist bei denen. Gut, die muss jetzt hier... Ich erinnere an die eine Situation in... Wo war das? Blutberge. Als wir gegen die Inquisition gekämpft haben. Rulana hat jetzt... Formidabel gemeistert. Aber vor Krim... Als ja Junge. Hilf deinem Kumpel. Das schafft Kladdes auch alleine. Wir mit dem Jin zusammen. Glaub ich. Hoffe ich doch zumindest. Weil der Vorkrim muss man die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Damit er heilen kann. Den hat sie erledigt. Meine Rache. Sehr gut. Stopp. Du. Runter. Vorkrim. Hier. Auf den. Rulana schaltet den so schnell wie möglich aus. Was? Warum ist er jetzt tot? Wurde der abgeschossen oder wie? Der hat ihn angegriffen. So ein Idiot. Alter. Scheiße. Fuck. Ich wollte eigentlich, dass er jetzt heilt da unten. Aber naja. Gut. Das muss vorkommen. Das ist... Nimm mal einen Ausdauertrank. Rulana. Rulana. Am besten auch. So. Den hier. Vorkrim. Den hier. Oh, da schaffst du... Mal mal so. Für Ardo. Hier. Oh Gott. Und auch noch ein Mantrake. Der zaubert. Gut. Ach, der Jhin ist auch weg. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's für uns. Jo, Vorkrim ist weg. Jetzt gehen die hier auf Rulana. Alter, das ist ein krasser Kampf. Klar, das ist die einzige, die ganz gute Chancen im Moment hat. Weil sie halt alleine gegen den einen kämpft. Meine Rache. Na klar. Boah. Das dauert aber auch, bis sie da fertig ist. Geh erstmal auf den da. Der hat am wenigsten Leben. Oh, das dauert auch ewig. Der ist weg. Wie viel hat der? 50. Der hat 75 AG auf den Skorpion. Oh Gott. Jetzt kommt auch noch ein Mantrake hinterher. Auf den Bogenschützen. Das wird nichts. Der ist mit Tränken. Wenn die Mantrake jetzt auch noch einschreiten. Ausdauertrank. Huah. Komm. Angreifen. So. Ne, weiße was. Mach den hier. Kladdys. Ah, stimmt. Die Steingolem. Die gab es ja auch noch. Gut. Das war's für Kladdys. Mit Sicherheit. Wie viel hat der? Die haben alle noch volles Leben. Zuerst ist Rulana weg und dann Kladdys. Ich kann eigentlich auch gleich schon längst laden. Das sieht man doch, dass es nichts wird. Wie viel hat denn so ein Steingolem im Leben? 200. Ne, greift den an. Ich will mich aber so lange halten wie möglich. Ist eine Sache der Ehre. Was? Ja, ne, egal. Und Rulana ist weg. Alter. Alter. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn diesen Kampf gewinnen? Das ist ein bisschen arg. Wie soll ich denn sein zurück? Wie soll ich denn construction sein? Danke. Wie soll ich denn sehen?